Grün oder weiß? Grün, die Farbe der Hoffnung. Klassiker wahrscheinlich. Ja, absolut. Du hast das noch nicht gehört. Okay. Mailand oder Madrid? Madrid. Da war ich noch nicht. Hula oder Fanta? Beides zusammen ist auch ganz lecker. Snapchat oder Instagram? Eher Instagram. Immer mal gucken, was es so für Neuigkeiten gibt. Wasser mit Sprudel oder ohne Sprudel? Gerne mit. Meisterschaft oder Pokalsieg? Gerne beides, habe ich nämlich noch nicht. Assist oder Tor? Eher Assist. Tore schieße ich leider nicht so oft. Urlaub oder Saison? Beides. Nach einer langen Saison fährt man auch gerne in den Urlaub. Laufen oder Fahrradfahren? Lieber Fahrradfahren. Schön sitzen und sich trotzdem ein bisschen bewegen. Mallorca oder Ibiza? Ibiza, da war ich noch nicht. Berge oder Strand? Sowohl als auch. Apple oder Windows? Windows. Wow. Das ist eine Exode. Aber auch nicht so oft. Ja, das stimmt. Nach der Karriere Trainerin oder Managerin? Eher Managerin. Vorspeise oder Nachspeise? Ich esse sehr gerne süß, deswegen lieber die Nachspeise. Pudding mithaut oder ohne? Oh, unbedingt ohne. Chips oder Schokolade? Chips. Wenn es erlaubt ist, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ganz selten dann. Notbremse oder Gegentor? Puh, ich glaube, dann fast eher noch eine Notbremse. Wenn es ein Freistoß dann ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tor fällt, noch geringer. Kino oder Netflix? Ich gehe ganz gerne ins Kino. In der Off-Season, McDonalds oder Burger King? Eher McDonalds. Linkes oder rechtes Twix? Wie? Ach so. Nee, beide auf jeden Fall. Eins reicht nicht. Ordentlich oder Chaos? Lieber ordentlich. Aber es gibt sicherlich auch Tage, da lebe ich auch mal im Chaos. Je nachdem, wie ich so drauf bin. Mathe oder Deutsch? Lieber Deutsch dann. Ein bisschen drumherum quatschen. Wenn man keine Ahnung hat. Autostadt oder Fäno? Das Fäno. Hat mir sehr gut gefallen, als ich mal da war. Cool. City oder Allersee? Gerne am Allersee. So ein bisschen Natur, frische Luft schnappen. Das ist ganz schön. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee oder Tee? Oh, ich bin weder einen Tee noch einen Kaffee trinke. Deswegen, ja, keins von beiden. Was trinkst du morgens? Ähm, Wasser. Wasser? Ja. Karneval oder Fasching? Auf jeden Fall Karneval. Fasching ist kein Karneval. Also, und Karneval ist das Ursprüngliche. So. 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 Vielen Dank.